If only all metal were flex on. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I gotta go get out I gotta go home y'all I gotta go back to America I gotta go get ready to the bombs Osama Big's not getting ready to bomb 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 Ah, ah. Give a nice round of applause. Thank you. Check the music. Ah, ah, ah. I'm a big one, I didn't pay you for. Das ist ein bisschen größer, das ist ein bisschen größer. Alle anderen Menschen haben sich nicht mehr so viel zu tun. Was all the best luck getting ready to fall? Was all the best luck getting ready to fall? Was all the best luck getting ready to fall? War's gott, war's gott, war's gott. I need all the good stuff on the mic. Das war's für heute. Ja, ja, ja. Musik Die Nummer 1, Hitschus! Amen! Danke! Das ist was ich dachte, der Grund war. Es ist ein Faktion, ein Faktion. Was für was Possible gain? The Cold War ist over, John. Aber mit einem klaren Angriff zu stoppilen, die Arme Marken ist flat. Aber bring down ein fully-loaded 727 in den Mitte der New York City, und du findest ein paar Tinten-Pot-Dictators all über den Welt, just clambering für die Verantwortung, und begingen zu sein, die Smart-Bomben. Ich kann nicht believe es. Das ist über die Verkaufung der Arme Verkaufung. Wenn? Tonight. Wie werden Sie ihn verraten? Warum nicht die Welt das? Geh zu die Presse. Du denkst, ich werde noch 30 Minuten nachdem, die Presse zu machen? Die Presse? Wer wird das Geschichte? Wir würden. Das? Das ist ein Birdcage-Liner. Wild-Eyed Krap, mit Elvis als ein Alien, und zwei-Headed Babys. Obviously, read es. Das ist ein Buss. Was? Also, ich glaube, wir sollten, ein Bons-Trental beziehen. Aber die FBI. Geh mit das. Du bist so in der Fülle. Das ist das Conspiracy. Wir können nicht auf jeden Kumpel-Office-Trent. Du denkst, sie wollen uns in der Mitte der New York City bringen? Oh, egal. World Trade Center. Ich werde die Militärchen. Ich werde die Militärchen. Ja, ich werde die Militärchen haben. Ja, ich werde die Militärchen.